Nennt mal die Shelly. Die Shelly ist zehn Jahre alt, die wurde 2020 ursprünglich mal beschlagnahmt, ist seitdem bei uns und ist bei Fremden immer erst mal ein bisschen skeptisch, aber ihren Menschen hat sie immer sehr gerne. Sie ist halt schon zehn Jahre alt, das heißt, sie sucht ein relativ ruhiges Zuhause, kann aber noch gut ihre Runden gehen und neigt dazu, gerne mal ihr Futter zu beanspruchen. Das heißt, sie braucht jemanden, der sie da klar führen kann, aber immer klar und ruhig ist und dann ist sie ein absoluter Herzenshund.